Titus Titus Keine Ahnung Nützt mir das ja nix Der liegt ja ganz schön zerkleinert Ja also hier war auch irgendwo das Ostraka-Rätsel Aber Ja da musste hier irgendwo sein Das ist alles? Dafür mache ich so einen Affen? Tatsache das ist wirklich alles Es scheint mir nicht klug zu sein Titus zu huldigen Schließlich zog er den Zorn des Zeus und der anderen Götter auf sich Arkultisten waren sie so Niemand darf mich entdecken Nö Jetzt machen wir zuerst den hier weg Die 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 nix ja logisch ja du bist zu blöd um mich zu sehen ja hier ja aber jetzt nicht mehr jetzt geht es dir noch nicht weil es mehr durch den kopf und er dreht ihm den rücken zu das ist gut nein dafür brenne ich mich nur polizia die polizia bitte da auch nicht mehr helfen scheiße noch so hingekriegt und eine antike tafel ja wo war die jetzt noch mal die habe ich jetzt gar nicht auf dem schirm ja kommt die gut dann werde ich mich verstecken ich verstecke mich war denn dieser antike tafel jetzt ja die muss ich natürlich finden ist ja wohl logisch alt da ist er so ist doch ich wollte es gerade wieder sagen hat mich gott sei dank sogar eben noch zurückgehalten können ja genau nächster moment was das denn hier die mit den hexen tanz warum nicht kommen dann tanz mal mit den hexen ja irgendeine quest hat mich zu so einem tempel geführt und genau war sie da mal nicht mehr das nehme ich schon mit so weit ist los du kannst du weiterhelfen auf meinen feldern wächst eine wilde alraune manchmal wird sie von einer hexe geerntet ich nutze die alraune nicht deswegen ist es mir im grunde egal nun das mit der ernte ist mir zumindest egal was ist dir denn nicht egal die hexe tanzt wenn sie die alraune erntet dieser tanz ist etwas provokativ wenn man so will wenn sie da ist denken die arbeiter gar nicht daran zu arbeiten und mein ehemann auch nicht ich verstehe aber ich bringe sie nicht um nur weil sie tanzt natürlich nicht ich will dass die alraune verschwindet vor mein mann auf die idee kommt sie ihr zu liefern und du bezahlst mich für die lieferung ja sind wir uns einig ist gut ich mache es du leistest gute arbeit ich muss dann mal los will ich auch gute bezahlung 229 meter kriegt der wunderbar gerade eben hin oder will ich doch mal sagen die hexe ja etwas provokativ da werden die männer leicht mucker ja ja dann müsste sie mal öfter an der naht lassen dann passiert sowas auch nicht obwohl schönen tanz ne von einer schönen leckeren dame ist ja auch was schönes für die auge ja das soll man ausprobieren das ist doch wohl ich wollte gerade sagen was ist das denn jetzt ja ja so die hexe ist wegen ihren lebtens lebtens ja ist bei den damen nicht so beliebt so und dann zeich mal das ist alles reine geschmackssache so erledigt die hexe tanzt um mitternacht ne ne ach guck mal hier ist hier ist ist der noch moment wenn der noch drin ist dann gehe ich nochmal in diese richtung ja der ist noch drin mh 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 das ist jetzt blöd ist der auch noch da drin Tatsache also hier das noch und das noch und das noch und jenes noch ähm ja dann machen wir das so dann nehme ich jetzt dieses Gerät hier an ja oh Wolfsbau Alphatier ja da muss ich schon ein bisschen ja 50% mit der Fähigkeit Ares Schwachthof ja das ist ja jetzt Wahnsinn des Ares das ist aber nicht ist der hier draußen das wäre natürlich perfekt Jo das läuft doch ganz gut bleib hier bleib hier bleib hier nicht weg haut doch nicht ab Mensch das ist eine feige Sau so und der ist erledigt die anderen beiden hole ich mir natürlich auch logisch obwohl der ja egal die Hauptsache ist ja erledigt warte was denn wie viel sind da 151 Fälle naja der ist da oben zack auch erledigt ist der da oben oder zack die Bohne warum ist die Erbser ja die Horten hier aber ganz schön ist echt lecker echt lecker nun gut ne wir werden jetzt ich werde jetzt in diese Richtung stiefeln und ja würde sagen wir sehen uns gleich wieder das Lager so weit weg vom Schuss hier Befehlshaber und zwei Schätze plündern ja ist ja nichts großartiges hier nee das war's wo will er denn jetzt mit mir hin ist hier wieder irgendwo ne Höhle wovon ich nicht weiß oder so Aua voll da drauf wo komm ich jetzt rein sicher da oben lang jetzt ist ja alles nix ja das ist eigentlich ja das ist nochmal eben der Wolf Sekunde den hole ich mir hier hinten hin ja den hole ich mir hier hinten hin das ist doch menschengemacht nein wie kommst du denn da drauf ne ja nicht und tschüss ja vagina augustus ja oh schön reinrollen verdammt das gute Leder scheiße genau sowas dann passiert nämlich so ein Scheiß weißt du schmacker ey ah 95 bleibt schön zusammen na jetzt kommt der auch noch dazu der Klappspan ja genau still du dich da hin der nächste weg aber jetzt brennt wenigstens nix mehr er legt sich wieder hin legt er sich wieder hin ja er legt sich wieder hin dann holen wir uns den hier weg ja schön heier machen du Trottel alles Chlor alles Chlor so dann werden wir dorthin ja 600 und gehen und alles auseinandernehmen es geht ne das war net so einsamer Turm ja der ist ganz einsam so weit von einsam hallo was war das denn noch gut ich mach eins ja ich hab's vorhin auch gemacht auf einmal war ich wieder in anderen Gefilden und ja da musste ich alles wieder zurück machen 2034 ja ich hab jetzt ein paar mal gespeichert ja weil ich will nicht dass mir die Eroberungsschlacht flöten geht die ist ja dann sofort weg ja gut dann brauchen wir jetzt mal ran an der Kartoffel hier Niemand Niemand darf mich sehen Nö Niemand weißt du wat zack 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 so einen haben wir da oben noch den werde ich sowohl noch hinkriegen den Kameraden da ne jetzt ein Schatz bin dann achso brauche ich ja gar nicht mehr und dann dürfte das hier Geschichte sein jawoll aber du darfst auch nicht ein Meter weiter gehen sonst hast du die Arschkarte ja dann müsste das auf einmal die ja dann müsste das auf einmal die danke vielen Dank ich würde sagen das haben wir uns verdient so wie das einen schönen saftigen Braten lecker ja super Sache also ihr wisst es ne so jetzt gucken wir uns trotzdem nochmal gemeinsam an was wir hier noch haben klar könnte ich jetzt hier weiter gehen aber dann wäre das weg viel ist es nicht mehr und in diese Richtung werde ich jetzt aufbrechen ja